Musik Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal heute. Heute wird es um das Thema gehen, Herr Phaistos, der Gott der Schmiedekunst, des Feuers, des Vulkans. Hallo, hallo, Mundlichtheilung. Und natürlich auch, was der mit dir zu tun hat, was da für Symbole dahinter stecken. Ja, was hat die griechische römische Mythologie, wohlgemerkt die römische, halt etwas anders war, weil sie zwar alle Götter mitgenommen hat, aber ihnen auch teilweise eigene Eigenschaften mitgegeben hat. Und ja, das Gute daran war, dass wir aus der Mythologie, als auch in dem Fall aus Geschichten der damaligen Zeit, wie auch aus der Bibel etc., Verhaltensmuster rauslesen konnten. Weil Menschen haben natürlich das niedergeschrieben, woran sie geglaubt haben, im Sinne von, was sie auch gesehen haben, weil diese Fantasie, von der wir heute sprechen, die war damals anders als heute. Und die Leute wollten halt natürlich auch das, was sie erfahren durften, wiedergeben, mitschreiben. Und Menschen wollten auch solche Rahmen setzen, vor allem für Transzendentes, für etwas Unerklärbares, wie zum Beispiel etwas Göttliches, unabhängig davon, ob es religiös war oder nicht. Aber Herr Faistus war einer dieser Götter, der wohlgemerkt, einer der wenigen Götter war, der mit viel, viel Peinigung erleben musste, also Abstoßung, von zu Hause auch abgestoßen zu werden, und zwar mehrere Male. Denn er wurde, und das werdet ihr auch gleich mitbekommen, das wirst du gleich mitbekommen, er wurde oftmals vom Olymp heruntergeschmissen. Und das war ganz interessant für ihn, weil er dadurch halt natürlich Fähigkeiten erwerben musste, die ihn wieder dazu gebracht haben, auf den Olymp aufzusteigen oder aufsteigen zu dürfen. Hallo Melanie! So, deswegen starten wir einfach mal. Und ich werde ganz kurz mal diverse Eigenschaften und Rahmenbedingungen für Herr Faistus mal in den Raum reinlegen. Oftmals gucke ich nach da oben, und zwar von mir aus oben links. Und warum? Weil ich dort diverse Punkte aufgeschrieben habe, weil die, die, ich habe mal wieder ein paar Seiten dazu geschrieben, die ihr, die du mitbekommen darfst heute. So, okay. Welche Eigenschaften hatte er? Er war der Gott der Vulkane, er war der Gott des Feuers, er war der Gott der Schmiedekunst, folglich auch der Planung. Er war derjenige, der die meisten Waffen und Gebäude der Götter, und darauf werden wir nachher nochmal drauf eingehen, gebaut hatte. Ja, und er war für unter anderem auch eine Schandtat von Prometheus mitverantwortlich, die er gar nicht irgendwie bewusst getan hatte. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich auch die Geschichte, als Prometheus den Menschen das Feuer brachte. Weil Prometheus war ein riesen Fan von den Menschen, aber dafür wurden die Menschen auch oft bestraft, weil dann Prometheus etwas getan hat, was Zeus nicht wollte oder was die Götter nicht wollten. Und unter anderem Stahl, Prometheus teilweise auch so, das ist Feuer von der Schmiedehalle von den Gemächern von Hephaestus. Ja, und dann brachte er sie runter zu den Menschen. Und das fand ich auch so, so interessant, welche Verzwickung und Verästelung da mit dabei war, wo überall Hephaestus mit drin war. Und ich werde euch heute einen Bruchteil der Geschichten erzählen, weil er war was überall irgendwie Teil. Und für diejenigen, die auch schon vorher die ganzen Geschichten mitbekommen haben, die ich erzählt habe von der Mythologie, die haben auch mitbekommen, dass beispielsweise Artemis den Bogen von Hephaestus geschmiedet bekommen hatte, aber Zeus ihr diesen Bogen geschenkt hat. Oder beispielsweise Apollon hat auch einen Köcher oder mit Pfeilen, also diese Pfeile hat er auch von Hephaestus bekommen. Oder dementsprechend auch den Karren, der wurde ebenfalls von Hephaestus gebaut. Und selbst auch beispielsweise die, dazu kommen wir auch nachher, was für reiche Geschenke er gemacht hat, selbst seiner Frau Aphrodite, reiche, aber auch grausame Geschenke, die er baute. Und die haben alle eine Geschichte. Diese Schmiedekunst hat auch viel was mit Planung zu tun. Wie werden diese Werkzeuge, diese Gegenstände in der Zukunft wirken auf diese Götter und Menschen? Und dazu werden wir heute kommen. Ich finde es ganz toll, dass ihr heute mit dabei seid alle. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich dafür interessiert, sehr, sehr gerne. Haltet Ausschau, schickt der Person einfach hier unten, da ist so ein kleines Papierfliegerchen, schickt der Person einfach eine Einladung und ladet sie sehr, sehr gerne ein. Hallo Patrick, hallo Andrea, hallo Leia, Marcel ist auch da, super cool. Genau, ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit einer großartigen Reise durch Hephaistos. Ja, wie gesagt, auch im Römischen hieß er, also Lateinisch in dem Fall, Vulcanus. Und Hephaistos kommt aus dem Griechischen, logischerweise, und heißt, also wird Iphistos ausgesprochen, das H am Anfang, ja, wird im Griechischen als I ausgesprochen und bedeutet nichts anderes wie Vulkan. Und so begann auch seine Reise, seine Geschichte. Und zwar, als er geboren wurde, wurde er nicht einfach so geboren, sondern viele Leute sagen oder viele Überlieferungen nennen Hephaistos als derjenige, der aus Zeus und Hera entsprang. Was nicht ganz stimmt, aufgrund dessen, weil es viel mehr Geschichten gibt, dass Hera, aufgrund dessen, weil Zeus mal wieder Athene geboren hat, also ein anderes Kind auf die Welt gebracht hatte, also aus Athene entstand sozusagen die Geschichte, dass sie das doof fand und deswegen ihr eigenes Kind auf die Welt brachte und somit daraus Hephaistos entstanden ist. Das ist eine Geschichte daraus. Es gibt auch andere Geschichten, zum Beispiel der Hephaistos-Schlag oder der Hephaistos-Hieb, als Hephaistos Zeus half, Athene aus dem Kopf rauszukommen. Also für diejenigen, die Athene mitbekommen haben, diese Reihe beherbelt natürlich jede Gottheit, die wissen, dass Hephaistos zum Beispiel bei Athene älter war als sie. In anderen Geschichten ist Hephaistos erst geboren worden, als Athene schon auf der Welt war, weil Hera das ungünstig fand. Und da gibt es ganz viele Überlieferungen. Aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass Hephaistos durch, als er geboren wurde, vielleicht aus diesem Rachefeldzug von Hera, als er geboren wurde, hat er sehr missgünstig ausgeschaut. Er war einer der wenigen Götter, der nicht die Eigenschaften der Götter hatte in Sachen Schönheit, wie Apollon oder Aphrodite oder Athene oder Hera oder Zeus, die wunderschön waren, also mächtig auch. Und er war jemand, der eher missgünstig, also wie Quasimodo ausgeschaut hatte. Also behindert offensichtlich. Und so wurde er auch von der Mythologie wiedergegeben. Und durch diese missgünstige Haltung, also optische Haltung, wurde Hera etwas entsetzt. Ja, und sie war, ja, sie war etwas, ja, sie war entsetzt. Und deswegen nahm sie ihn an einem Bein und schleuderte ihn, so lange, bis sie dann weggeschleudert hatte, aus dem Olymp heraus. Und er flog zwölf Stunden lang. Zwölf Stunden lang flog er, bis er auf eine Insel aufkam, und zwar in der Nähe von, also ins Wasser kam er auf, Lemnos. Und dort schlug er auf und durch den Aufschlag, dieser zwölf Stunden langen Reise vom Olymp runter bis hin zum Meer, zum Oceanus, schlug er auf und somit durch den Aufprall zerdrückte er eines seiner Beine. Und dadurch, dass er ja ohnehin schon hässlich war und deformiert, wurde auch sein Körper nochmal deformiert durch den Aufprall. Das heißt, seine Geschichte begann nicht gerade sonderbar schön. Andere Götter hatten eine andere Geschichte, eine vielleicht kämpferische Geschichte, wie Athene, oder eine wunderschöne Geschichte, wie in dem Fall, ja, Aphrodite, die aus dem Schaum heraus entstanden ist. Aber jedes Mal entstand sozusagen ein Krieg davor. Ja, bei Athene war es zum Beispiel, sie kämpfte sich heraus. Bei Dionysos, er starb zweimal, bis er auf die Welt kam. Bei Hephaistus wiederum, ja, ein bisschen doof. Er wurde von vornherein auch schon abgestoßen aus dem Olymp. Und das war sehr, sehr ungünstig für ihn. So, was hat das in dem Fall mit uns zu tun? Nun, Hephaistus hat eine Geschichte, die er jetzt aufbaut, die mit dir als Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel zu tun hat. Wenn wir aus unserem Elternhaus rausgeschmissen werden, auf eine ungünstige Art und Weise. Manche von uns wurden unendlich lang geliebt. Ja, meine Mutter zum Beispiel wollte mich nie aus ihrem Heim rausschmeißen. Ganz im Gegenteil. Trotzdem musste ich raus. Ja, trotzdem bin ich dann studieren gegangen und wollte einfach meine eigene Wohnung haben. Ich wollte nicht zu Hause leben. Nee. Und dadurch wurde ich sozusagen, habe ich mich selbst rausgeschmissen. Bei vielen anderen Menschen, viele andere unserer Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Freundinnen, die wurden aus dem Zuhause rausgeschmissen. Und genauso ereilte es sozusagen Hephaistus. Er wurde rausgeschmissen und er musste sich sehr, sehr mühselig aus dieser Misere als Gott rauskämpfen. Denn auf Lemnos wurde er von Thetos aufgenommen. Und das Interessante ist, warum Lemnos, warum wurde er dort aufgenommen? Das ist eine sehr, sehr interessante Sache, wenn wir das auch gleichsetzen mit der Geschichte von dem Vulkan. Auf Lemnos ist ein riesiger Vulkan. Und dort, so sagten die damaligen antiken Griechen, dort hatte er sein Zuhause und lernte und merkte nach und nach auch, wie geschickt er ist, mit Schmiedekunst, mit dem Feuer umzugehen, mit dem Vulkan umzugehen. Und das waren seine Fähigkeiten. Das waren seine Fähigkeiten, die ihn dazu gebracht hatten, als er erfahren hat, dass seine Mutter, seine eigene Mutter ihn abgestoßen hatte, Rache auszuüben. Und das wiederum, das finde ich ganz interessant, viele, viele Kinder, und das kennen wir auch, sagen ja sowas wie, und das habe ich selbst auch gesagt, ich will nicht so sein wie meine Mutter. Ich will nicht so sein wie mein Vater. Kennt ihr das? Und genau so ereilte es in dem Fall auch den Hephaistos, als er erfahren hatte, von Fethos, oh Gott, ich wurde ausgestoßen. Dass er sich behaupten wollte, dass er sich beweisen wollte, um die Gunst wieder auch unter anderem von seinen Eltern zu erarbeiten. Aber nicht wirklich, sondern eher auflehnend. Und diese Auflehnung, die hat er folgendermaßen dargestellt. Sehr, sehr beeindruckend wohlgemerkt. Er war ja so derart stark in Sachen Schmiedekunst, dass er einen Plan schmiedete. Einen Plan, und zwar von einem Thron, auf den sich sozusagen Hera draufsetzen sollte, seine eigene Mutter. Und dieser Thron war wie eine Art von trojanisches Pferd, was etwas mittragen sollte. Eine Botschaft von Hephaistos. Und zwar, er schenkte ihr diesen, und er durfte ja nicht zum Olymp drauf. Also er schenkte ihm diesen, also den hat er sozusagen nach oben geschickt zum Olymp. Und dort nahm wiederum seine Mama Hera diesen Thron an sich. Und sie liebte es zu speisen. Und sie wollte natürlich vor allen anderen Göttern prahlen, schaut mal, was ich erhalten habe. Und saß dann auf diesem Thron drauf. Und dieser Thron schlug dann ganz plötzlich so eine Falle gewesen und schlug dann sozusagen Hera ein. Oder nahm sie ein und sie konnte nicht mehr aufstehen. Sie war gefangen in diesem Thron. Oder auf diesem Thron. Und das fanden die Götter nicht so toll. Deswegen entsandten sie oftmals Hephaistos die Botschaft. Bitte, bitte, Hephaistos, bitte befreie doch deine Mutter Hera. Was hat sie denn getan? Und das Interessante war, dass er jetzt nicht zufrieden war mit seiner Tat. Obwohl er es geplant hatte, sein Plan ging auf. Er war nicht zufrieden da damit, denn er wollte sie auch nicht befreien lassen. Er war sozusagen so eine Art quengliches Kind, so könnte man es sagen. Obwohl er ein unfassbar cleverer und wirklich planerisch sehr gut durchdenkender Geist war, also Gott war. Und das Interessante, was dadurch kam, durch diese Ebene der Begegnung, was hat ihn dazu gebracht, doch noch auf den Thron, also den Olymp aufzusteigen, um dann wiederum Hera, seine Mutter zu befreien? Der Suff. Du wirst es nicht glauben, es war Dionysos, also wirklich Dionysos, der runterging zu den Sterblichen, der dann sozusagen zum Vulkan ging, nach Lemnos, um ihn dann betrunken zu machen, um ihn dann auf einen Esel draufzupacken, um ihn dann wiederum auf den Olymp zu tragen oder tragen zu lassen. Und ihr kennt diese Situation, ja, wenn ihr betrunken seid. Und das ist so eine miese Geschichte, ja, das ist so mies, wenn ihr betrunken seid und dann auf den, also sozusagen euch dann wiederum meldet bei eurer Ex-Freundin, um euch zu entschuldigen oder was ist ich, also wenn ihr sozusagen nicht mehr, das ist so peinlich, ja, das ist einfach so peinlich, dass er sich dabei erwischen lassen hat von Dionysos, der ihn aber wiederum mit Engelszungen offensichtlich dazu brachte, sich zu betrinken. Also er hatte kein Problem mit Dionysos, vielleicht nachträglich schon, ich weiß es nicht, aber der hinkende, deformierte Hephaestus ging auf zum Olymp und entfesselte sozusagen Hera. Und es gibt jetzt zwei Geschichten, die dazukommen, die ganz interessant waren. Die erste Geschichte ist, dadurch, dass er sie entfesselte, durfte er auf dem Olymp bleiben, weil Zeus ihm das versprach. Die zweite Geschichte wiederum war, dass er, der Hera, weil sie eine ganz, ganz miese Tat vollbrachte, Zeus band sie sozusagen mit Ambossen an den Himmel, dass sie leiden konnte. Und die Geschichte kennst du, die habe ich schon mal erzählt. Und dann wiederum, jetzt kommt es, dann hat Hephaestus sie befreien wollen und dann wurde er erneut auf die Welt draufgeschleudert, von Zeus, vom Olymp runtergeschleudert auf die Welt und flog wieder zwölf Stunden, dieser arme Kerl. Also er wurde jetzt mehrmals von zu Hause ausgestoßen. Und das ist auch so ein Indikator, so eine Art Beispiel dafür, dass er mal wieder in die Tradition übergehen wollte, in die damalige Tradition zu Hause sein, seine Herkunft finden und die stieß ihn schon wieder ab. Also er stieß sich wieder selbst ab, indem er natürlich jemanden retten wollte, zu Ungunsten seiner, zu Ungunsten ihrer wohlgemerkte Hera. Und dann sagte Zeus zu ihm, das war sehr, sehr unangenehm, er solle ihm dabei helfen, Pandora zu schmieden. Und die Pandora, die kennen wir vielleicht noch, die Pandora-Büchse. Pandora war eine wunderschöne, geschmiedete Frau, die wohlgemerkt den Bruder von Prometheus bezirzen sollte und dann somit halt die Menschheit, weil Prometheus das Feuer von ihm, auch Stahl von Hephaistos und es den Menschen brachte, dass er sozusagen den Titan wieder einen auswischen konnte. Und deswegen wurde Pandora gebaut. Und zwar von wem? Kein geringerem als in dem Fall Hephaistos. Also Hephaistos hatte offensichtlich ein gutes Händchen, war sehr clever und im gleichen Zuge hatte er unfassbar Pech. Unfassbares Pech, weil er mehrmals von zu Hause rausgeschleudert wurde. Es ist natürlich eine unangenehme Geschichte, wohlgemerkt, aber aus dieser Geschichte können wir unfassbar viel rausziehen. Einerseits natürlich der Clevere, der wiederum seinen Thron im Olymp sichern konnte, indem er den Wunsch des obersten Gottes, also dominanzhierarchisch sozusagen dem größten, entsprach und diesen Wunsch ihm erfüllen ließ, indem er sozusagen gehorchte, weil er sehr tüchtig war in seiner Art und sozusagen wie ein Vater, der sozusagen meint, du kannst die Gunst von mir erhalten, auf den Thronen aufzusteigen, wenn du das tust, was ich dir befehle. Oder du kannst darunter leiden. Und was machen Kinder natürlich, wenn wir von dem Hallo, Hallo an alle, die dazugekommen sind, was machen natürlich alle, die diesen Thron auch erben wollen? Ja, sie huldigen. Sie opfern sich auf. Was einerseits natürlich ungünstig ist und andererseits kannst du natürlich auch daraus sehr, sehr viel langen. Er war ja nicht dumm, jetzt weißt du es. Aber er war dumm genug, diese Fehler zu begehen. Planerisch ungünstig. Aber wiederum immer wieder aufzusteigen. Also er hatte offensichtlich die Gabe dazu, sich immer wieder zu retten, sich hochzuschleppen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall, Herr Faistus, niederreden. Herr Faistus, dadurch, dass er natürlich auch viele ungünstige Momente in seinem Leben hatte, durften die natürlich angereichert werden von mehreren weiteren ungünstigen Momenten, die wohlgemerkt immer wieder er bezwingen wollte. Er war nicht jemand, der irgendwie aufgab. Ganz im Gegenteil. Er hatte zwar ein Rache-Motiv, das stimmt auf jeden Fall. Also er hat sich gerecht bei seiner Mutter. Aber ich wollte auch gerade schon sagen, bei seiner Frau. Die Frage ist nur, wie? Und da kommen wir zum nächsten Punkt, wo Herr Faistus wieder zuschlug. Und wir kommen auch gleich zu den ganzen Brücken, die mit dir zu tun haben, die du auch schon teilweise mitbekommen hast. Und zwar, er war einerseits, ja, geneigt dazu, sich Rache, also Rache zu üben, aber andererseits natürlich auch Schönheit sehen zu wollen. Er schmiedete unendlich schöne Dinge. Ja, Athene schmiedet er beispielsweise ein goldenes Lammfell, welches sie dann trug. Ein unfassbar, also ein unfassbar wertvolles Gut, ein Schatz für sie, das wiederum Zeus Athene schenkte, als sie geboren wurde. Dann wiederum auch da die Pfeile von Herr Faistus, Herr Faistus schmiedete diese Pfeile für Artemis und Apollon, sowie auch Apollons Karren, sowie auch viele, viele weitere. Und ich schwung mal ganz kurz vor, weil das fand ich ganz, ganz toll. Eine Kette für Prometheus, auch ein Geschenk, was eher ungünstig war. Also er schenkte teilweise gute Sachen und teilweise auch schlechte Sachen. Also er beschmiedete auch schlechte Sachen. Wie beispielsweise, Prometheus sollte auf dem, er sollte gefesselt werden, wo soll der nochmal gefesselt werden, Pardon, ich habe jetzt das gerade nicht im Kopf. Prometheus, sag mal, wo bist du Prometheus? Komm, tu es, zeig es mir. Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Mist, entschuldigt. Also Prometheus sollte gefesselt werden wieder und ich komme nochmal drauf, mir fällt es sicherlich noch ein und dadurch, dass er gefesselt werden sollte, mussten natürlich auch Fesseln gebaut werden, die so tragend waren, so stehlern, so stark, dass kein Geringerer es bauen konnte als Herr Faistus. Und er wurde da wiederum engagiert, um Prometheus dort zu fesseln, damit er immer wieder, ja, gepeinigt wird. Also ich komme mal auf Prometheus wieder zurück, weil Prometheus war natürlich auch jemand, der oft bestraft wurde, im Vergleich zu Herr Faistus, der nicht so oft bestraft wurde, wie Prometheus. Aber im Olymp durfte er nicht bleiben. Nicht immer wohlgemerkt, also es gibt Geschichten, wo Herr Faistus vom Olymp abgestoßen wurde, also verstoßen wurde und oftmals durfte er auch oben bleiben. Also es gibt nicht nur eine Geschichte. Wie ihr hört, rede ich von vielen und unterschiedlichen Geschichten und setze dann sozusagen die Interpretation mit rein. Von daher aber trotzdem sehr viel, also vielen Dank dafür. Also war nicht immer angesehen da oben, aber er war nicht so, nicht angesehen wie Ares, einer seiner, in dem Fall Rivalen. Warum? Weil Herr Faistus wollte unbedingt die Gunst von Aphrodite für sich gewinnen. Und Zeus, dadurch, dass er immer gute Dienste leistete, schenkte er sozusagen Herr Faistus Aphrodite als Frau. Und Aphrodite, nun, Aphrodite war natürlich eine sehr, sehr schöne Göttin, die einerseits, ja, so schön war, nicht schön genug für, also nicht gut genug für Herr Faistus, weil sie schöner war als er, vermeintlich, und das war die Ungunst in dem Fall von Herr Faistus, weil sie regelmäßig mit vielen Männern, Sterbliche, als auch Götter, fremd ging. Unter anderem auch Ares, also sein Hauptrivale. Und alle, alle auf dem Olymp wussten das, dass Aphrodite fremd geht, außer Faistus, der wohlgemerkt von Helios, der Sonne, der wohlgemerkt auch einen Karren von von Herr Faistus geschmiedet bekommen hatte als Geschenk, ein sehr, sehr wertvoller Karren, damit die Sonne immer aufgehen kann, ja, ähm, genau, und, ähm, der, also verklickerte, also steckte ihm, hey, dass das, Ares immer wieder in seinem eigenen Ehebett Aphrodite begattete, was sehr ungünstig war. Herr Faistus, der kluge Kerl, hatte dann gemeint gehabt, er würde ein unsichtbares Netz, was so hauchdünn war und trotzdem unzerbrechlich, unzerstörbar schmieden, damit er die beiden Inflagranti erwischt. Diese Geschichte hast du wahrscheinlich schon mal gehört von den anderen Geschichten, die ich gerne erzähle, von, äh, der Geschichte von Aphrodite oder von Ares, und damit er sie den Göttern präsentieren konnte. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, was ich auch oftmals erwähnt habe, das nennt sich das homerische Gelächter. Und das ist die, sagen wir mal, Raffinesse von dem, was dadurch entstanden ist. Die Götter waren ein Sinnbild teilweise von einerseits der Transzendenz, das, was nicht erklärt werden konnte, und andererseits das Verhalten, was nicht erklärt werden konnte, von Menschen. Das Verhalten beispielsweise in den ungünstigen Momenten dazu genötigt zu werden, das zu tun, was man liebt. Und das war in dem Fall von Herr Faistus, dass er das geschmiedet hatte, was er schmieden musste, damit er das, was ihm wehtut, gefangen nehmen konnte. Und zwar Ares, also die Inflagrante, diese Tat Ares und Aphrodite. Und er präsentierte an diesen Göttern diese Tat und die Götter, da gibt es zweierlei Überlieferungen, aber offensichtlich neigt es eher dazu, also Homer definiert das auch so, dass diese Götter über nicht in dem Fall Aphrodite oder Ares lachten, sondern das homerische Gelächter bezog sich womöglich eher auf Herr Faistus, der sich sozusagen, wie gesagt, als, er hat sich selbst dabei gefangen genommen, indem er das tat, was er am liebsten tat und das gezwungen. Und wie auch Hera am Esstisch gerne saß und dort, nun ja, dooferweise gefangen gehalten wurde, weil sie das gerne tat. Und diese immer wiederkehrenden Beispiele von Aphrodite, die gerne liebte und dann sozusagen auch dafür beschämt wurde, also sie wurde auch da erwischt, oder Dionysos, ja, der immer wieder feierte und halt dafür, ja, er wurde dafür oftmals getötet. Er wollte einfach nur sein. Also es gibt immer wieder diese Parallelen zu den Gottheiten und zu den Menschen, wenn du etwas gut gerne tust und dafür halt erliegst, auch bei der Liebe beispielsweise. Schau mal, ich gebe dir doch alles, also der Partner. Er opfert sich auf und trotzdem geht jemand ihm fremd. Er tut etwas sehr, sehr gerne und dann raubt ihm sozusagen jemand die letzte Männlichkeit und Weiblichkeit, also in der Partnerschaft. Er glaubt nicht mehr dem, was er da tut. Und das ist das Beschämende. Ich tue etwas sehr, sehr gerne und dafür werde ich in dem Fall beschämt. Das ist ein ungünstiger und sehr, sehr unangenehmerer Moment für jeden, also selbst für Gottheiten. Und das war in dem Fall hier eine der Beispiele, wie es selbst auch für Gottheiten ungünstig werden könnte. Und für dich ja auch. Also das ist so, wenn du etwas gerne tust und dann die Lorbeeren nicht gepflückt werden, sondern dass du dafür auch nicht mal die Anerkennung erntest, gar nichts. Und das hat Herr Feisers nicht so toll empfunden, deswegen schmiedet er nicht nur, wie für Aphrodite, tolle Gürtel, beispielsweise aus Edelsteinen, sondern er schmiedete auch eine, und das ist echt interessant, was für ein Sinnbild das ist, er schmiedete eine Halskette, ein Necklace, eine Halskette von Harmonia, so hieß sozusagen diese Halskette und die sollte immer wieder den Schmerz und das Leid über sie bringen, über Aphrodite. Also dieses Beispiel, diese Mahnmäler, die teilweise geschenkt werden, ja, auch nachträglich nach der Beziehung, ja, wenn etwas geschenkt wird und das ist ein grausamer, grausamer Akt, der immer wieder daran erinnert, kennst du es selbst auch, wenn du zum Beispiel auf den Dachboden gehst nach ein paar Jahren oder vielleicht nach ein paar Monaten, je nachdem nach der Trennung und dann immer wieder so Sachen von der Person findest, die du geliebt hast und du hast alles für sie geschenkt und sie war nicht dankbar genug offensichtlich und hat sich dann getrennt oder hat etwas Schändigendes getan und dann wirst du wieder daran erinnert, das sind diese Geschenke, diese Überbleibsel und das war das Ziel von Herfaistus, dass das dann da bleibt. Das ist aber nicht ein Ziel von einer Person, sondern es ist ein Ziel von, in dem Fall, es ist ein Symbol, was mitgetragen wird, was da dazu dienen kann. Das kann in dem Fall da erklärt werden mit dieser Art von Akt. Und was ich bei Herfaistus interessant finde, was mit uns sehr viel zu tun hat als Menschen. Von diesem Sinnbild zum Menschen. Moment, ich muss kurz mal einen Lüfter hier ausmachen, weil der ein bisschen zu laut ist und kalt dann wird. Herfaistus ist ein Schmiedegott, er ist ein Gott, der viele Geschenke gemacht hat, er hat sogar die Paläste gebaut für alle da draußen. Also er war wirklich ein Tüftler. Er war jemand, der planen konnte, wohin das Ganze geht. Und wir brauchen dieses Fundament, wir brauchen diese Art von Plankunst. Und wir können darin auch erlegen, wenn wir es so gerne tun, dass wir es einfach for free geben. Aber ich bin mir sicher, das, was Herfaistus hatte, das hatte Ares nicht, aber das, was Ares hatte, hatte Herfaistus auch nicht. Und diese Bändigung beispielsweise, das hat Herfaistus anders getan. Er hat sich womöglich auch vielleicht ausgeruht, wer weiß. Aber eines steht auf jeden Fall fest, Herfaistus mit seinen Gaben war als Tüftler geboren worden. Er hatte sich auch angeeignet. Er hat in einem Vulkan gelebt. Menschen damals in der Antike sagten zum Beispiel, immer wenn der Vulkan zum Beispiel so leicht loderte, oder knisterte, dann kicherte Herfaistus. Also, Erfaistus, der Vulkan. Immer wenn der Vulkan ausbrach, dann war Herfaistus sozusagen erzürnt. Herfaistus wurde auch gegründet während der Zeit, womöglich auch aus diesem Kupferthema, also die Kupferzeit. Also vielleicht war es auch aus dem Thema, dass durch das Glühen der Massen, dass selbst Gestein flüssig wurde oder halt Kupfer. Dieses blaue Metall, was als Erz rausgezogen wurde aus dem Erdreich, aus Gaia. Und das war auch ganz interessant, weil er hatte auch andere Techtelmächtel vor Aphrodite, der Herfaistus, so weit, dass er auch mit Gaia in Berührung kam, weil er Aphrodite haben wollte und Herfaistus sozusagen Zeus von ihr befreite, weil Aphrodite in dem Kopf von Zeus war und geboren werden musste. Und so schlug sozusagen Herfaistus den Schädel von Zeus auf. Da kam Aphrodite raus und aus Dank sagte dann Zeus wiederum, du darfst Aphrodite haben als Frau. Er jagte ihr nach und er wollte ihr sozusagen auch an die Wäsche gehen und ein Samenspritzer fiel auf ihr Oberschenkel. Sie wurde dadurch nicht befruchtet, aber Aphrodite, als sie dann auf das Erdreich kam, also auf das Sterbereich von den Sterblichen, wischte es mit einem Wollfell ab und das fiel auf Gaia, die Mutter Erde und dadurch gebar Gaia auch Kinder. Also von Herfaistus. Also Herfaistus hatte auch Kinder. Und so entstanden sozusagen auch so nebenbei Kinder von ihm, also durch diese Missetaten, die vielleicht zu einer, also vielleicht ist es sozusagen ein Beispiel für eine misslungene Vergewaltigung. Es kann auch viele andere Beispiele, also viele andere Möglichkeiten der Erklärung bieten, aber ich möchte mich da eher weniger aus dem Fenster lehnen. Was auf jeden Fall sichtbar ist, ist einerseits das homerische Lachen, das Gelächter, was ganz klar zeigt, dass wenn du dich sozusagen, und da möchte ich halt zielstrebig darauf hinaus, was das mit dir zu tun hat, wenn du beschämt wirst, wenn du das tust, was du liebst und dafür halt beschämt wirst, wenn du deinen Sinn in deinem Leben findest und der Sinn missbraucht wird von anderen, ja, wenn du etwas gerne tust und einfach dann merkst, dass du keine Gehaltserhöhung bekommst oder dass du keine Anerkennung dafür bekommst und so weiter und so fort, das ist schmerzhaft. Und dass du sozusagen vom Thron auch wieder runtergeschmissen wirst, als Kind, was so ausgestoßene, was trotzdem so clever ist, ja, das sind so ganz viele Parallelen, die wir immer wieder bei Hefeistos und den Menschen und dem Verhalten wiederfinden, was ich einerseits grausam finde und andererseits so treffend, so treffend formuliert, so klar, so diese psychologische Raffinesse da rauszusuchen. Mache das, was du gerne tust, aber gib es nicht immer for free raus. Gib es nicht for free raus. Und wenn du holendigst, wenn du natürlich auch das gerne tust, was du tust, wirst du natürlich auch belohnt, ist ja klar, aber auch da die Strafe zum Beispiel der Götter, diese einfach zu erhalten, einfach so, natürlich nicht. Du hast Fehler gemacht, du hast deine Mutter befreit, ja, zu Ungunsten, weil dein Vater dir das verboten hat und dann wirst du natürlich ausgestoßen. Sei cleverer. Du kannst auch cleverer sein. Wer weiß, was er noch alles so an Schmerz erleiden durfte, der Herr Feistus, aber es war eine Möglichkeit, es zu, ja, zu umgehen, aber so klug war er dann offensichtlich auch nicht. Nicht immer, aber oft genug. So. Jetzt habe ich wieder, wo wurde in dem Fall Prometheus gefesselt? Wo? Natürlich auf dem Kaukasus. Da wurde er gefesselt. Das ist mir vorher nicht eingefallen. Das habe ich gerade eben wieder lesen dürfen. Er wurde mit so unzerstörbaren Fesseln von Herr Feistus, die er geschmiedet hatte, hallo, Gedankenblitz, Samia, ähm, und da wurde er gefesselt, Prometheus, das Licht, das Feuer vom Olymp runtergebracht hatte, auf die, ähm, auf die Welt zu den Sterblichen. Was ich prinzipiell aber sehr, sehr interessant fand, war, nicht nur, dass er auf Lemnos, ähm, den Vulkan darstellte, sondern, dass er dort, ähm, sogar seine Schmiedehalle hatte und Zyklopen ihm dabei halfen, also Einäugige, ihm dabei halfen, das zu bewerkstelligen, was er wollte. Zyklopen natürlich, einerseits natürlich auch diese, diese Engstirnigkeit, ich mache nur diesen Fokus, ich mache nur eine Sache, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren, was sehr günstig war, weil sie auch sehr stark waren, wie so, äh, so, so, dieses Sinnbild Zwerge, nur in riesig, Zyklopen, die dann ihm halfen, die Dinge fertigzustellen, wie beispielsweise den Donnerkeil oder das Machtzeptor von Zeus, was ein, ja, ein Indikator für Unsterblichkeit, für, für, ja, ein Machtindikator war. und das schenkte er sozusagen dem, ähm, also Herr Feißers schenkte ihm sozusagen dem Zeus diese Macht und er erschuf sich dadurch seine Herrschaft. Also Herr Feißers hat eine sehr, sehr große Rolle in allen Geschichten, in allen Geschichten von den olympischen Göttern und diese große Rolle dürfen wir niemals unterschätzen. Er war offensichtlich auch sehr unscheinbar. Dadurch, dass er auch hässlich war und hinkte, war er unscheinbar und trotzdem war er unfassbar mächtig. Und wir dürfen uns an Herr Feißers auf jeden Fall ein paar Dinge raussuchen. Erstens, die planerische Kunst, die er betrieb. Immer den Fokus zu haben, ich mache etwas und es soll funktionieren. Diese Funktionstüchtigkeit, dieses im Feuer etwas zu schmieden, diese Stärke zu haben, das auszuharren, und diese Macht zu repräsentieren, Dinge zu produzieren, die ultramächtig waren, die andere Götter zu den Göttern machten, die sie überhaupt waren. Im gleichen Zuge dürfen wir uns auch mitnehmen, dass wir dafür auch Anerkennung erhalten dürfen. Das ist unsere größte Stärke. Wir dürfen dafür Anerkennung erhalten und das hat er nie getan, weil er so, wie soll ich sagen, er war tüchtig. Er war einfach tüchtig. Er gebar wiederum aber auch diverse Kinder oder auch er hatte Begleiter, die genau das darstellten. Die rohe Kraft zum Beispiel, die rohe Kraft war wir, bia sozusagen. Die rohe Stärke war zum Beispiel, der ihn begleitete, war Kratos. Und diese Begleiter repräsentierten auch das, was er darstellen sollte. Und dafür wurden die auch bekannt. Er war, oder wir sollten auch jedenfalls noch mehr daraus ziehen, wie er interagierte mit den Göttern. Er war eher natürlich auch zurückgezogen und trotzdem erschuf er solche grausamen Gestalten wie Pandora. Und Pandora war sozusagen ein Geschöpf von, also er hat etwas Wunderschönes erschaffen können. Pandora zum Beispiel, die die Büchse trug, der das Unheil über die ganze Menschheit brachte. Krankheit und Hoffnung zum Beispiel. Er erschuf all das. Ein sehr zwiespältiger Gott mal wieder, wie Apollon. Aber was ich sehr interessant fand bei ihm war, dass er half, dafür bestraft wurde, half, dafür bestraft wurde, dann wiederum half und half und half. Und das müssen wir uns wirklich zu Herzen führen, das ewig währende Helfen, wie zum Beispiel eine ultrasoziale Person, die zwingt einen dazu, automatisch dann wiederum in diese Ausbeutung zu kommen. Und vielleicht wurde er ausgebeutet, aber er hat niemals seine Haltung verloren. Niemals hat er seine Haltung verloren und hat immer wieder diese Gunst trotzdem aufgesucht und er hat sie auch bekommen. Er war überall verewigt. Ohne ihn wären die Götter bei weitem nicht so stark gewesen. Und er brüstete sich nicht damit, aber wohlgemerkt, wenn etwas gegen ihn war, dann übte er auch Rache aus. Er war kein Opfer in der Hinsicht, also klassisches Opfer, alles ist gegen mich, wie scheiße, sondern er schmiedete Pläne, um wieder rauszukommen. Und das zeichnete ihn aus. Es zeichnete ihn aus, dass er niemals aufgegeben hatte. Er war unter anderem auch Gottes Vulkans und des Feuers. Also schwierig dann sozusagen da als negativ abgestempelt zu werden. Ganz im Gegenteil. Er war Geburtshelfer für die Kopfgeburt von Athene. Also größer geht es gar nicht. So. Was hat er alles gebaut? Ich habe schon einige Punkte erwähnt. Ich lese die mal ganz kurz hier ab, die sehr interessant waren. Er hatte die Tore gebaut für Paläste, die auf dem Olymp waren, das symbolisch gesprochen unfassbar wertvoll ist. Also die Tore zu deinem Heiligtum, die solltest du schützen. Du solltest planen, wer darf in dein Heiligtum rein, in diese Paläste, die er auch erbaut hatte. Also die erhabenen Hallen der Olympiaden. Und da wohnten die Götter. Da wohnten die Götter. Also es hatte alles erbaut. Und er bestimmte darüber, wie stabil die waren, wie nicht. Wie stabil sind deine Tore vor deinen Hallen? Wie stabil sind deine Tore, bevor irgendwelche Menschen oder andere mit Bewohner beispielsweise dich infiltrieren, dich kleinreden, dich klein machen. Er schuf beispielsweise auch den Thron von Hera. Das war ein Rachezug. Im gleichen Zuge auch ein Rachezug gegen Aphrodite mit dem einerseits dem schönen Gürtel, der kein Rachezug war, sondern ein Geschenk, ein wunderschönes Geschenk, um ihre Gunst zu ergattern. Und andererseits diese Halskette von Harmonia oder Harmonia und die auch darstellt, wie krass sowas sein kann. Also die Harmonie darzustellen oder wiederherzustellen, das auch ein Sinnbild für Schmerz ist. Die Harmonie. Also wenn Menschen beispielsweise immer diese Harmonie haben wollen und sich selbst damit untergraben beispielsweise, wie er es auch getan hat. Er hat sich natürlich untergraben gegenüber einem Ares, einem anderen Gott, der unter anderem auch schöner war als er. Und dann immer so dieses Beschwichtigende und dann dieses Petzen auch. So, ich fange die jetzt ein, ich finde das scheiße. Und dann das Repräsentieren an die Größeren. Du schau mal, ja, schau mal Stiefmutter, was deine Tochter gemacht hat. Die wird immer zu der Tochter stehen. Ja, und obwohl er auch Kind war, er war öfters ausgestoßen als in dem Fall Aphrodite, die wohlgemerkt nicht direkt von den Göttern kam, sondern auch von Titana. Also ebenbürtiger war, verhältnismäßig zu Hephaistus, der aus dem Rachefeldzug zum Beispiel gebaut wurde oder geboren wurde. Was hat er auch noch gebaut? Helios, sein Wagen. Helios, sein Wagen, ist auch so ein Produkt und das merkst du auch, wie mehrschichtig, wie mehrdeutig auch die Symbolik Hephaistus ist. Helios, der mit diesem Wagen die Sonne zog und Apollon hatte sozusagen auch so eine ähnliche Bedeutung, aber Helios war ein Titan der Sonne und der zog sozusagen die Sonne über den Himmel. Und das zeigt auch schon wieder, okay, um deine Sonne, beispielsweise um die Sonne in dein Leben hineinzuziehen, musst du etwas dafür machen. Du musst sie erstens ziehen, auch wie Helios, also er selbst war ja vielleicht auch die Sonne. Die Sonne muss erst mal scheinen, aber im gleichen Zuge muss sie erst mal den Plan haben, auf diesen Zenit zu kommen, um dann wieder abzufallen. Und auch da braucht es sozusagen etwas Planerisches. Vielleicht braucht es da auch diese Schmiedekunst zu verstehen, dass alles einen einen kausalen Gang hat, das zu verstehen, also auch da vielleicht Denkleistung zu haben und die sich auch zuzusprechen. Er baute beispielsweise für dieses goldene Ziegenfeld, für Aphrodite, das Aegis für Athene, nicht Aphrodite, Athene, pardon. Was auch ein sehr, sehr mächtiges Bild war, was Zeus ihr gab, um ihre Stärke noch mal zu unterstreichen. Da gab es auch weitere Sinnbilder, wie beispielsweise Feuerspeinde, Stiere, die die römische, eher in die römische Mythologie reingingen, da gehe ich eher weniger rein, den Bogen von Artemis, wobei Artemis ja die disziplinäre, die fokussierte Göttin ist, ohne diesen Bogen hätte sie niemals das bewerkstelligen können. Ohne den Pfeil hätte Apollon auch nicht treffen können oder sie auch nicht treffen können. Also sie konnten alle ihre, oder ohne das Machtzeptor von Zeus wäre Zeus nicht der Gott der Götter oder ohne den Donnerkeil wäre Zeus nicht mehr in der Lage gewesen, überhaupt die Götter zu befreien. Also Ephaistus war ein Schlüsselelement und dieses Schlüsselelement dürfen wir immer mit folgenden Augen betrachten. Nutze das Gehirn hier oben, deine Cleverness, deine planerische Kunst, denke darüber nach, was du tust, bevor du es tust, damit du es erbauen kannst, dass es so mächtig ist, dass deine Mitmenschen daraus ins nächste Level kommen. Ich würde sagen, hierbei ist eine Quintessenz, eine maßgebliche Quintessenz von Ephaistus folgende, hinterlasse deine Mitmenschen niemals, und das ist ein meiner Leitsätze, hinterlasse deine Mitmenschen niemals in einem schlechteren Zustand. als wie du sie vorgefunden hast, in einem besseren Zustand. Hinterlasse ihr Werkzeuge, um das zu bewerkstelligen, was sie bewerkstelligen wollen. Und es kann sein, dass sie sich natürlich gegen dich wenden, gar keine Frage. Die Frage ist nur, ist es das wert? Weil gegen Ende wird deine Hilfe immer benötigt. Deine Künste werden immer benötigt oder halt weiter empfohlen. Nicht umsonst hat er für jeden einzelnen Gott so viel erschaffen. Er war unfassbar wertvoll, sinnbildlich gesprochen, einerseits natürlich bestrafend, oh Gott, fall nicht darauf ein. Und andererseits so unersetzlich. Er war unersetzlich. Keiner konnte ihn ersetzen. Die Rüstung von Ares hat er gebaut gehabt. Er hatte Feinde der Götter in die Knechtschaft gezwungen durch Ketten, die er erbaute. Oder er erbaute zum Beispiel Thales, einen riesigen Giganten, der Kreta damals beschützte. Vor Wellen beispielsweise. Oder, oder, oder. So huldigten Menschen dem Transzendenten, indem sie sich so fantasievoll, wie sie auch immer waren, imaginierten, dass es Götter waren, wie Herr Feistos, die ihm geholfen hatten. Er war da innen weit voraus mit dem, was er geschaffen hat. Womöglich schon. Womöglich schon. Oh, Paiso. Zu wenig geatmet. Also, er baute natürlich auch das Fangnetz, womit er Ares und Aphrodite fangt. Oder einfing. Er baute unter anderem auch von Hades den Zwei-Zack und er baute für Poseidon ratet mal den Drei-Zack. Auch da beispielsweise ein unfassbar genialer Gott, der einen ganz, ganz großen Mehrwert erschuf. Und diesen Mehrwert, den er erschaffen hatte, hallo, hallo, diesen Mehrwert, den er erschaffen hatte, war, dass er jedem Einzelnen um sich herum etwas erbaute, was unersetzlich war. Und seine Fähigkeiten waren immer unersetzlich. Das ist wie, wenn du jemandem sagen würdest, ey, guck mal, also, und Paiso wurde niemals so degradiert in der Form, dass er ihm nachgestellt wurde, er wäre ein schlechter Schmied. Keineswegs, eher im Gegenteil. Er war der Hyperschmied überhaupt, was er alles erschaffen hatte. Die Frage ist, kriegst du das auch hin? Hast du auch die Möglichkeit, diese Art von von Fähigkeiten für dich zu verwenden und für deine Mitmenschen? Hast du auch die Möglichkeit, Handwerkszeugs, Werkzeuge zu erzeugen, die andere Menschen dazu ermächtigen, selbst zu arbeiten? Einem Hungrigen beizubringen, wie man fischt, wie man angeln geht? Das ist viel wertvoller als alles andere. Und das erschuf er. Er war derjenige, der diese Gabe hatte. Und ich würde ganz kurz nochmal reinschauen, was da noch alles so existiert. Aha. Nee. Haben wir schon erzählt. Das ist auf jeden Fall großartig. Genau. Er war clever, er war teilweise rachsüchtig, leider Gottes. Er hat überall mitgespielt, in allen Geschichten. Also, er war auf jeden Fall nicht, er war nicht irgendwie im Hintergrund, obwohl er stiller war. Er war ein Gott, der in einem Vulkan gelebt hat oder der Vulkan selbst war. Ich meine, stell dir mal vor, wenn so ein Vulkangott die Tore vom Olymp baut, als ob die niedergerissen werden könnten. Keineswegs. Also, wirklich ein, ein, ein sehr fähiger Gott. Und nicht umsonst wurde er dann regelmäßig wieder zum Olymp gebracht. Ja, auch wenn er hässlich war, war er fähig. Und das zeigt mir auch immer wieder dieses, viele Leute sagen ja, der Halo-Effekt ist wichtig, gar keine Frage, wie man ausschaut, etc. Aber was man erzählt, was für eine Quint ist, als man rauszieht, wie andere Menschen nachträglich größer sind, als davor. Das ist ja das A und O, das Alpha und Omega. Und das hat offensichtlich Hefeistos sehr gut hinbekommen. Weil er ging diesbezüglich in die Annalen ein. Auf jeden Fall, überall war er da. Kriegst du das auch hin? Das ist die eigentliche Frage. Kannst du ein Umfeld schmieden, so, so stark, dass andere Menschen nicht mehr um dich herumkommen? Kannst du in deinem Beruf beispielsweise so stark sein, dass andere über dich so sprechen, das habe ich bei ihr schmieden lassen? Diese stehlende Selbstsicherheit, diese Fähigkeiten, die ich bei ihr bekommen habe. Das ist genau das. Also erbaue dir deine Zukunft. Plane diese, indem du genau das tust, was Herr Faizos als Symbol mitgegeben hat. Und mache nicht die gleichen Fehler. Rache ausüben, etc. Weil das sind nun mal die, cleveren, versteckten psychologischen Fakten oder halt so Hinweise, die dazu geführt haben, dass er selbst auch belächelt wurde. Und dieses Belächeln ist wieder ein Symbol dafür, dass du diesen Fehler nicht tun solltest. Genau. Das zum Herr Faizos. Herr Faizos ist ein unfassbar genialer Gott. Ich mag ihn. Er hat mir dargestellt und beigebracht durch diese Geschichten besser planen zu können. Unter anderem ist er auch in der Götterschmiede genau das. Er ist der Gott der Plankunst, der planerischen Kunst. Und für all diejenigen, die die Götterschmiede machen, wissen ganz genau, wenn du einmal diesen Kurs gemacht hast, Herr Faizos, der mit integriert ist, in der Götterschmiede, wirst du zwangsläufig, und das ist so genial, wirst du zwangsläufig besser planen können. Und Gott, ich konnte nicht planen. Ich konnte nicht planen. Ich habe jetzt einen Plan generiert, einen Kurs gebaut, in der Götterschmiede, von zwölf weiteren Kursen, der genau das unterstreicht. Das ist so genial. Es macht so unendlich Spaß, genau das in dem Fall so zu lernen. Und ich bin mir sicher, wir können alle irgendwie gut planen. Die Frage ist nur, wer steht dir zur Seite? Und bei mir ist es jeden Tag, bei meinen ganzen Coaches ist es jeden Tag in dem Falle Faizos, der ganz klar sagt, das hier ist gut, was du gerade machst. Und er kritisiert. Und wie du diese Rolle, diese mehrschichtige Rolle, in dich hinein integrierst, und halt diese göttliche Rolle wie Hefeistos in dich hinein integrierst. Damit er sozusagen eine Art von Meilenstein, eine Prüfinstanz der Planung wird. Ein Gott, bei dem du alles schmieden kannst in deinem Vulkan. Du schmeißt etwas rein, das Beste kommt wieder raus. Das erschaffen wir gemeinsam. Achtung, Werbung, in der Götterschmiede. Pardon. Also, und das ist so cool, das macht mir unfassbar Spaß. Und wenn du heute zugehört hast, weiß ich ganz genau, du hast einiges mitbekommen, einiges mit rausgezogen, was dir und deinen Mitmenschen helfen wird. Und eine Bitte habe ich an dich. Also Werbung Ende. Eine Bitte habe ich an dich. Und zwar, wenn du etwas rausgezogen hast, hier, aus diesem Live, dann, dann trag es weiter. Trag es weiter und gib es anderen weiter. Und, und, gib mir gerne dazu auch ein Feedback, damit ich hier noch besser planen kann, noch mehr rausziehen kann, aus dem, was du dir wünschst, damit das Programm, was ich in Zukunft weitermachen werde, noch besser wird. Gib mir kurz ein Feedback dazu. Wie ist dir gefallen, was dir am meisten gefallen hat, wohlgemerkt, und was dir vielleicht gefehlt hat in diesem Live. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Live wieder. Und ich freue mich auf dich. Und vor allem, schreib mir, welche Gottheit du bei dem Götterquiz, was du dabei rausbekommen hast. Es ist so heiß gerade, oh Gott, es ist so, warte kurz einen Moment. Es ist so schön warm. Ich mag den Feedback, aber ich kenne es ganz gut. Komm schon, bitte. Den nicht. Doch. Oder noch besser, den hier. oder noch besser, wie die Häifung? Untertitelung des ZDF, 2020